Herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Wir feiern Abschied vom Hostage-Video. Ja, schön, dass ihr da seid. Stichwort Hostage-Video. Was ist das eigentlich? Also das, was ich hier eine Zeit lang hatte, wo ich vor diesem sehr neutralen, grauen Hintergrund stand und ich von Freunden scherzhaft gebeten wurde, ich möge doch bitte eine Tageszeitung mit dem aktuellen Datum in die Höhe halten, damit man wissen, ob ich dann auch wirklich da ein aktuelles Video habe und bei wem ich mich auch immer in der Gewalt befinde. Das hat nun ein Ende. Wie man sieht, haben wir hier eine ganz neue Wand und das ist wirklich ja im Moment gerade mein ganzer Stolz, was hier die Raumeinrichtung angeht, denn diese Wand ist nicht nur Wand und nicht nur Möbel, sondern beinhaltet gleichzeitig Raumakustik. Das heißt, wir haben hier insgesamt unser Studio 1, wie ich das jetzt hier mal nenne, deutlich aufgewertet mit nochmal ungefähr 60 Panels Raumakustik, die wir überall an Decken oder an der Decke und an den Wänden verteilt haben. Und von hier aus werden wir dann auch hoffentlich nächste Woche schon ein Sneak Preview, also eine kurze Vorschau auf das geben können, was Lehmann Audio auf der High-End 2023 vorstellt. Und ja, drückt mir bitte die Daumen, dass das entsprechend funktioniert. Und dann sehen wir uns im Prinzip nächste Woche dann schon wieder. Zwischenrund gibt es natürlich die Plattentipps, die kommen aus dem Studio 2, wie ich das jetzt einfach mal nenne. Und ihr seht schon, YouTube nimmt in der Außendarstellung von Lehmann Audio definitiv eine immer wichtigere Rolle ein. Deshalb haben wir uns auch da entsprechend auch von der Ausrüstung her anders aufgestellt und freuen uns wirklich sehr. Es gibt hier unter anderem auch schöne Deko-Elemente. Wir haben Bücher, wir haben Schallplatten, deren Covers man sehen kann. Es gibt einen Blick auf Geräte, die man im Regal stellen, hinstellen kann. Und insgesamt sind wir also gerade von der Raumakustik her, kann man wirklich nur sagen, absolut begeistert. Und hatten auch schon Fachleute vom WDR hier, die gesagt haben, ja, boah, cool. So gerne hätten wir es auch in manchen unserer Räume. Auf jeden Fall, ja, also wir freuen uns wirklich scheckig. Kann ich gar nicht anders sagen. Und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann. Bis dann.